Es ist wieder soweit Zeit für Rides of the Tube Radar und wir machen direkt weiter. Letzte Folge haben wir ja erfahren, dass Jakob, der Taschenspieler, mir die ganze Welt belogen hat. Zumindest seine Homies hier. Da liegt doch irgendwas. Guck mal. Wo komm ich denn dahin? Kannst du ihn mal bitte rausgehen? Nein, muss nicht. Kannst du ihn hier rausgehen irgendwo? Nein, warum nicht? Aber da hat es doch geblinkt, Mensch. Sehr gut. Great Success! So. Weiter geht's. Ja. Ähm. Mal gespannt wie es weitergeht hier. So hier. Faszinierend. Ja, faszinierend auf jeden Fall und ziemlich wehrhaft hier mit den ganzen Sperren hier. Jakob, ich geh jetzt rein. Was werde ich dort unten finden? Seitdem mein Volk den Weg vor Jahrhunderten versiegelt hat, war niemand mehr dort. Aber es sollte sicher sein. Zumindest bis sie das Orrery erreichen. Orrery. Gehört es zum Observatorium? Ja. Meine Astronomen haben es erbaut. Wo die Unsterblichen die alte Stadt begruben. Sie müssen mit seiner Hilfe den Eingang nach Kitesch öffnen. Ohrery. Orrery. Was ist das? Ohr. 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 Wir wollen ja gar nicht zurück. Wir wollen jetzt hier... Orri... Das ist unglaublich. Mal sehen, wie das funktioniert. Na, da bin ich auch mal gespannt. So, schon mal nicht. So. Gut, also. Wieso klappt das nicht? Hier kann ich ja nicht rüber springen. Kann ich hier irgendwas machen? So, da kann ich doch den Enterhagen nicht werfen. Also es ist schon da, Kölner. Gedacht hier, wenn du's mal. Ich spring doch jetzt hier nicht fünfmal drüber. Da kommt irgendwas runter. Ja, aber wie komm ich denn jetzt erstmal da rüber? Das ist jetzt erstmal die größere... Herausforderung hier. Da geht's ins Bodenlose. Ah, warte mal. Hier, guck mal. Das könnte doch schon mal funktionieren, ja. 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 Sehr gut. Da muss ich das alles nur genau angucken. Kann ich da drauf gucken? Ja. Super. Jetzt schließen wir mal da drauf. Gucken, was passiert. Äh. Nein. Da brauche ich den. Hm. Irgendwas sagt mir, das war nicht richtig. Irgendwas sagt mir, das war nicht richtig. Jetzt muss wahrscheinlich weiter rum. Aha. Ich muss das wahrscheinlich hier rüber bringen. Damit ich dann da oben hochspinnen kann. Ach du lieber Gott. Also. Probieren wir mal weit. Was kann hier drauf springen? So. Äh. Macht doch nicht sowas. Ja. Da soll ich nicht hin. Wie funktioniert das denn? Wie funktioniert das denn? Das könnte gehen. Also. Springen. Hier hoch. Ein Stück. Interhangen. Jawohl. Aha. Schritt zurück. Anlauf nehmen. Dann hier hoch. Ah. Dann hier hoch. Jetzt wird ganz schön was. Ach. Dann hier hoch. Macht doch keinen Scheiß. So. Jetzt haben wir hier. Jetzt geht's weiter mit der Rätselei. Ähm. Oh. Interagieren. Was hab ich getan? Was hab ich getan? Sie ist weiter nach hinten. Nein. Kannst du es nicht weiter nach hinten ziehen? Nicht? Jetzt nicht. Gut. Na? 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 Nein. Ich muss jetzt wahrscheinlich. Bis hier hin. Das heißt. Ich spring jetzt hier rüber. Ich spring hier rüber. Ich spring hier rüber. Springen sie hier rüber. So. Ja. Guck mal. Das ist einfach was. Die Mongolen zerstörten alles. Und die Stadt versank unter dem Eis. Griechisch kriegen wir auch noch auf 7 oder? So sein das. Und gut. Da soll ich interagieren. Das machen wir gleich. Hier ist auch nichts mehr. So. Du heiliger. Wie geht es denn da hinten nach hinten? Ja. Erstmal interagieren wir hier. Och nein. Och nein. Oh. So schon mal nicht. Oh. Mann, oh Mann. Da drauf. Ich fühl's ja irgendwie. Wo muss ich denn hier weiter? Da an der Seite? Ach nein! Wo soll's denn noch langweilig werden? Wir müssen nach oben. Das ist ja toll. Oh fuck. Also such dir irgendwas raus, was nach links schwingt. Das ist das Teil. Von der Mitte aus. Das Ding dann immer. Und dann ihn wieder oben hoch. Oh Gott. Da drauf. Dann da hinhüpfen. Da rumhochtouren. Aber erstmal muss ich ja hier mein Ticket erwischen. Das schleudert einen nach Leser von Reichmessling. Oh nein. Oder das Ding hier. Nein. Das war's nicht. Ich hab doch eh gedrückt. Okay. Hinter der gestimmten Statistik. Gestorben aus Dummheit. 533.000 Mal. Das sieht doch schon besser aus. Ha. Hätte ich gleich da drauf springen müssen. Ja. Verstehe. Du bekommst auch noch mal hier vorbei. Nein. Da will ich nicht drauf. Nein. Ich muss da hin. Verstehe schon. So. Wie geht denn dieses Konstrukt dazu. Bleib los da oben. Ja. Das wäre mein Preis gewesen. Verstehe. Mach keine Scheiße. Das ist ja. Nein. Ja, sehr gut, jetzt das auch mal wieder erwischen. Uiuiui, das hätte auch noch hinten losgehen können. Wie geht es denn hier jetzt weiter? Da drauf, ah. Nein, 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 nein. Ja, das, äh... Gut. So nicht. Vielleicht noch nichts genommen. Ich will mich hier heranpirschen. Uh. So, wo war jetzt das Stance gegen hier? Da. Wie geht es, Lara? Wie geht es? Wie geht es, Lara? Wie geht es? 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 Wie geht es mit? Ach. Ich lege jetzt hier durch. Kann ja wirklich so schwer sein. Lass mich da rüber. Ey, komm schon. Aus Mitleid. Vielleicht. Nein, jetzt hänge ich an diesem Kack-Rum-Gehüpfe-Rätsel hier. Kann doch nicht wahr sein. Jetzt warten wir uns, bis es genau davor ist. So. Oh Mensch, gleich. Nicht zu viel wackeln, bitte. Ey. Gestorben will ungeduld. Gibt's das auch? So. Geduld, Lara. Jetzt! So. Da muss ich drauf, ne? Ich sehe sonst keinen anderen Weg. Wenn ich da drauf fahre, was mache ich dann? Dann stehe ich da. Na wunderbar. Oh. Jetzt muss ich es bis ganz nach oben schaffen. Jetzt muss das Timing stimmen. 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 Ich glaube ich Mama. erhöht die Anzahl der Pfeile, die ohne nachziehen aus dem Kücher schnell hintereinander gefeuert werden können. Auf dry, ne? Sehr schön. Dich kann ich gebrauchen. Dich kann ich gebrauchen. Euch kann man immer gebrauchen. Und weil es so schön war, machen wir jetzt erstmal an der Stelle hier ein kleines Päuschen. Wir sehen uns mal wieder. Macht es gut, Leute. Ciao, ciao!